so hallo wir machen weiter bei supermario maker 2 das letzte mal haben wir tracks level angeschaut deswegen ist jetzt wieder lieber dran und da sind wir bei coin collector castle angekommen 40 sekunden let's go auch das sieht wieder nach einer kritischen runde aus 0,45 ich bin gespannt ich bin gespannt bitte keine bombe auf die ich bin ich habe die auf allem rum aber nicht aufbauen bittet nicht ja cool sollte ich mitnehmen oder drauf springen wahrscheinlich mit mitnehmen ja haha entweder ich land drauf oder ich nehme mit aber beides scheint nicht zu funktionieren jetzt hier her damit gibt mir den also wieder selten dämlich was ich hier tue ich weiß dass ich einen übersehen habe aber ich werde jetzt nicht bis zum ziel kommen plötzlich von daher ist es völlig egal ob ich jetzt alle müssen mitnehmen ja ich muss den mitnehmen ok stopp ich will doch nur gucken was hier so alles kommt lustige spineys ok auch nicht die sprünge hat sie auf einmal wirklich gern oje ach grüne neune ok ja gut das ist ja interessant also besten fall will ich ihn aber gleich mitnehmen sonst kriege ich echt zeitprobleme nein nein wirst du wohl ich weiß dass da wieder eine fehlt egal wie gesagt aus eben schon genanntem grund gut so machen wir das so ist besser so ist besser auch gott auch du Aber wir sind ja am Anfang des Parts. Das heißt, dieses Level kann auch einfach gerne den ganzen Part dauern. Das habe ich kein Problem mit. Oh mein Gott. Okay, das funktioniert jetzt ganz gut. So, hier einfach nicht. Ich... Ah, es wird schon. Nein! Also über die... Über die On-Off-Stelle sind wir noch nicht gekommen, ne? Hä? Ich sehe, ob ich das so gut finde. Okay. Langsam, langsam, langsam. Wahrscheinlich haben wir die... Für sowas könnte ich mich halt direkt schon wieder... Wieso bin ich denn so dumm? Wieso springe ich da denn drüber? Hä? Geht das nicht mehr? Wollen wir es halt so... Wenn der Drehsprung nicht mehr will? So. Besser. Okay, viel schneller. Wird es an der Stelle nicht mehr, wollte ich sagen. Mann. Äh, ja. Das war komplett lost. Ah, da kommt einiges auf Anlauf uns zu. Das ist, äh... Gar nicht so simpel hier, dieses Level. Nein. Hau auf damit. Vor allem, wir müssen uns erstmal noch einen Großteil angucken. Ich hab' noch lange nicht alles gesehen. Okay, jetzt ruhig, 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 ruhig. Okay. Ja, aber jetzt ist die Zeit aus. Hä? Wie viel schneller muss ich denn sein? Gut, ich bin, glaube ich, irgendwo hier vorne hängen geblieben. Aber uff. Nein. Oh, jetzt bleib' ich da. Hey, 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 hey Aber das reicht doch zeitlich niemals. Ich meine, ich bin wieder ein bisschen hängen geblieben, aber nur ein bisschen. Aber da wird wahrscheinlich gleich das Ziel kommen. Das ist super knapp und dann am Schluss noch mal die Springboards. Oh Gott, aber immer keine Bombe. Immer keine Bombe, alles gut. Keine Bombe. Keine Bombe. Ja, ich bin hier in den Springboards hängen geblieben. Aber das wird am Schluss auch wieder passieren. Vor allem, wenn ich aufgeregt bin. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alina, please. Was baust du denn? Nein, nein. Mach es weg, mach es weg. Ja, cool. Auch mal interessant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann nicht. Nee. Hatte ich jetzt grad nicht vor. Okay. So weit, so gut. Nicht gut, nicht gut. Ah, das hat wieder Zeit gekostet. Da muss ich schneller rüber. Okay. Es sind immer noch nur 7 Sekunden. Wollen waren es 5 oder? Nee, waren auch 7. Keine Ahnung. Oh, die Dinger am Schluss sind fies. Die Dinger am Schluss sind richtig fies. Ich muss... Nein! Ich darf da nicht hängen bleiben. Gott ist das Springboard Dinger. Ei, 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 ei. Nein! Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Nein! Ich darf das jetzt nicht mehr. Nein! Ich bin morgens der WDR. Okay. Okay. Nein! Ah ja, gut, das hat jetzt... Jetzt habe ich es eh verhauen, aber... Jetzt habe ich diese Blöcke versprochen. Die werden am Schluss auch nochmal richtig fies. So Blöcke am Schluss nochmal. Oh Gott. Das ist das ultra fies. Aber auch die Springboards sind am Schluss richtig fies. Oh, yo, 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 yo. Okay. Nein! Die Zeit war so gut. Ach, Mist. Ja, kann ich eh knicken. Scheiße. Ich glaube, es ist noch drin, ich weiß es nicht. Wenn ich nicht noch mehr Quatsch mache, sollte es noch gehen. Ich würde halt gerne sehen, ob da hinten noch eine Gefahr kommt oder nicht. Ach, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. viel zu gut ist. Viel zu gute Zeit. Ja, was war das denn jetzt? Scheiße. Hä? Oh, wenn das irgendwann mal schief läuft, wenn ich eine gute Zeit habe, dann ist aber hier. Ja, tschüss. Dummkopf. Nein! Reicht das schon wieder, um es zu verhauen? Ja, ziemlich sicher. Ja, gut, ist eh vorbei. Wie lange spielen wir das Ding jetzt schon? Eine Viertelstunde? Oh Gott. Nein! Nein! Alter! Ach! Das ist doch kacke. Nein! Ich habe gedacht, es reicht, aber es reicht nicht. Nein! Hm, keine gute Zeit. Ich komme aber eh hinten nicht raus, das ist das Problem. Ich komme an diesen kleinen Springmods nicht vorbei. Wenn es vor allem, wenn es dann super knapp ist, ne? Ich komme da nicht dran vorbei. Ja, kann ich knicken. Mist, ey. Ja, und schnell rüber geht auch nicht. Ich muss da ein bisschen abbremsen. Hm. Toll. So wird das nix. Nein! Schluss damit. Das hat doch bisher alles gepasst. Fast alles. Das hat doch noch nie, noch nie habe ich den Mittelsprung verhauen. Noch nie habe ich den Mittelsprung verhauen. Noch nie habe ich den Mittelsprung verhauen. Nein! Wieder Zeit liegen lassen. Wer sie findet, darf sie behalten. Wer sie findet, darf sie behalten. Ah ja, eine Sekunde schneller nützt, glaube ich, nicht viel. Ich komme in der Hektik, komme ich über die Springboard dahinten nicht drüber. Ich habe nicht die Nerven in der kurzen Zeit, die ich da noch habe. Selbst wenn ich da gut durchkomme, habe ich nur 2-3 Sekunden, um da drüber zu kommen. Ich komme da nicht drüber. Ich werde aufgeben müssen. Ich komme da nicht drüber. Das machen meine Nerven nicht mit. Ich werde da nicht drüber kommen. Wir probieren es jetzt noch, bis die halbe Stunde voll ist. Aber wenn ich es innerhalb der halben Stunde nicht schaffe, gebe ich auf. Ich werde da nicht drüber kommen. Ich werde da nicht drüber kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Ach, Leute. Was sollen wir tun? Ich schaff das nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mal ein Alina-Level gibt, was ich nicht schaffe. Aber ich packe diesen Teil da hinten einfach überhaupt nicht. Bis dahin komme ich ja, aber die sind dann so eng beieinander und es ist so wenig Zeit übrig. Da, 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 da. Setzt bei mir alles aus. Ich kann ja auch nicht langsam durch. Würde ich langsam durchgehen? Ist die Zeit kaputt. Macht mich die Zeit kaputt. Ich weiß ja nicht, wie weit es danach noch bis zum Ziel ist. Ich habe ja das Ziel noch nicht mal gesehen. Ich weiß ja nicht, wie weit es ist. Toll! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte gerade sagen, so gut bin ich noch nie durchgekommen und dann mache ich sowas. Aber es würde mir nicht mal was nützen, das ist das Problem. Es bringt mir nichts, wenn ich gut durchkomme, weil nachher die Springbots kommen. Leider werden die dafür sorgen, dass ich das Level nicht abschließen kann. Dafür stehe ich die Nullkommarate. Dafür stehe ich die Nullkommarate. Es geht nicht, ich kriege es nicht hin. Weiß halt auch nicht, wo ich... Ach Mensch. Weiß halt auch nicht, wo ich Zeit mir noch... Also so viel Zeit gewinnen kann, dass ich da ruhig dann durchkomme am Ende. Es geht nicht ruhig. Ich muss hektisch sein und dadurch werde ich es verhauen. Ach, jetzt... Jetzt geht gar nichts mehr. Ob man hier irgendwie schneller durchkommt, keine Ahnung. Aber ich meine, schaut euch das an. Und vier Sekunden sind von hier aus noch übrig. Und ich muss über drei... Drei einhohe Springboardspringe gehen. Ne. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Da setzt bei mir alles aus. Ach, komm. Nein, warum... Jetzt ist sowieso gedanklich alles vorbei. Ah, sparen wir uns die letzten zwei Minuten Frust. Ich glaube, wir sparen uns einfach die letzten zwei Minuten Frust. Ne, eher als... Das ist halt auch, wo ich sage, ich kann das nicht... Es ist egal, wie lange ich jetzt das Level jetzt spielen werde und trainieren werde. Die Stelle da hinten bleibt, wie sie ist. Die kriege ich nicht hin. Es ist mir zu wenig Zeit übrig, als dass ich da ruhig durchkomme. Das werde ich nicht schaffen. So gut schätze ich mich ein. Also, das kriege ich nicht hin. Ich weiß auch nicht, wie ich hier nochmal Zeit gewinnen könnte. Vielleicht eine Sekunde. Aber selbst die eine Sekunde rausholen, nützt mir nix nachher. Ja. Selbst die eine Sekunde rausholen, nützt mir nix. Das ist... Das ist... Ne. Wir machen jetzt noch drei ordentliche Versuche und dann hören wir auf. Dann habe ich es auf jeden Fall oft genug versucht. Eins. Dann habe ich es auf jeden Fall. Ich könnte höchstens versuchen, nicht drüber zu springen, sondern wirklich rein zu springen und dann auf mein Glück zu hoffen. Aber es ist mir zu... Es ist mir zeitlich zu knapp. Achso, übrigens zwei. Na, das zählt nicht. Na, was man natürlich auch machen kann, ist, dass ich in die direkt reingehe. Äh, ich demonstriere das... Ja, ich demonstriere es vielleicht auch nicht. Dass ich irgendwie in die reingehe und mich dann halt versuche, rechtzeitig mit rausspringen drüber zu retten, aber... Das ist alles zu knapp. Das ist alles zu knapp. Ich werde kurz vorm Ziel... Nee, nee, nein. Ich habe gesagt, wir lassen es. Sorry. Ich halte mich dran. Wir lassen es jetzt. Äh, ich gebe auf. Ich werde es nicht schaffen. Aber ich wollte noch... Nee, jetzt habe ich kein Herz gegeben. Äh, herzi muss ich schon noch geben. Aber das ist mir zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Schaffe ich nicht. Glückwunsch, Alina. Du hast ein Level gebaut, das ich nicht spielen kann. Ah, das Ende ist echt krass. Wie lange hast du dafür gebraucht, das zu spielen? Achso, steht hier natürlich nicht. Hä? Ah. Das ist jetzt also auch neu. Man sieht jetzt, welche Level man als erstes geschafft hat. Cool. Ich wollte aber... Da wollte ich ja gar nicht... Ach, ich wollte ja hier hin. Ups. Ha. Schon ein krasses Level. Hat Tweaks das geschafft? Warte, ich will nur die geschafft haben. Hat Tweaks das gespielt? Sind die gleich? Ach nee, ach, ich muss das rausnehmen. Mit so rum. Tweaks hat's... Na ja, zumindest hat er kein Herz gegeben. Also, weiß ich, ob es gespielt hat. Wird mich jetzt interessieren, ob Tweaks das geschafft hat. Ne, also ne, beiden Geschafften hätte wäre ja dabei. Also jetzt, aber ob es gespielt hat. Ah ja, Curvy der Meister. Ei, nee, keine Chance. Kommt da nochmal ein Speedrun von ihr? Nein, okay. Ah, das war das. Danke fürs Zuschauen. Tut mir leid, kein erfolgreicher Part. Egal. Und tschüss.